Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Special Days Before Christmas! Heute haben wir den 24. Dezember und ich wünsche euch frohe Weihnachten! Und das 24. Türchen, da ist ein schöner, heller Stern! Und was ist das? Wer bist denn du? Wow! Soll ich den verletzen? Wow, getroffen! Was bist du denn? Mr. Wolke, Mr. Wolken-Typ, da schießt dich ab mit meinen, mit meinen Energie, mit meinem Zauberpulver hier! Wow! Der ist einfach, der Kerl! Wow! Okay, jetzt hat er mich einmal erwischt. Zweimal erwischt. Eieiei! Wow! Der ist doch schwerer, als ich dachte! Ich weiß gar nicht eigentlich... Achso, ich muss seine Blitze treffen! Oder nicht? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich bei ihm... Was muss ich bei ihm eigentlich treffen? Eieiei! Achso, ich muss die Wolken vor mir treffen! Ah, jetzt verstehe ich. Und das... Erledigt! Ja, nun ist Weihnachten wieder gerettet und alle Kinder um der Welt haben ihre Geschenke bekommen. Jetzt kann Santa und seine Rehntiere sich bis zum nächsten Jahr ausruhen. Und für's nächste Jahr und für nächstes Weihnachten. Fröhliche Weihnachten an alles von euch! Yay! Das war mein Let's Play Days Before Christmas Projekt! Was gibt's noch zu sagen? Was gibt's noch zu sagen? Schade, dass man jetzt noch so kommt... Schade, dass es nicht so kommt... Over Germany! So als letzte Level, wo man dann noch in Deutschland die Geschenke verteilt! Aieieiei! ACH! ACH! Gameplay Manual! uccane! Execute Assistent... äBe... Assistent... Customer Service... Customer Service? Ok. Best to read guide to... Sonya, Marie, Marys... Marys... Marthe... Marthe? Ton... Silly... Eric and Jen... Warum stehen Eric und Jan und Jen zusammen? Und... was zur Hölle? Viele Namen! Sehr viele Namen! Happy Holiday von Sandsoft & Funcom The End Was soll ich sagen? Und somit würde ich sagen, bis zu meinen anderen Projekten Thanks, thank you for playing, days before Christmas Achso, jetzt kommen die ganzen wieder hier Und yeah, ich hab volle Punkte Und ich hab sogar Santa Claus besiegt Da muss ich mich jetzt hier noch so eintragen hier Z Eieiei, na wo ist das E, wo ist das E, 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 ich will das E Ich will zum Moku schreiben So Da, 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 da Nein, nein, nein Oh, verdammt Dumm Verdammter Fluchtetat Na gut, daneben Sinoku Verdammt, ich bin Simoku und nicht Sinoku Dumm Na klasse Rückgestanden, nein, jetzt bin ich Sinoku Egal So, dann würde ich mal sagen Bis zu meinen anderen Projekten Bis dann 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 Egal Sch